Diese Woche bei Hour of Power genießen Sie großartige Musik von J. Mark McVeigh, der durch seine Rolle als Jean Valjean in Les Miserables bekannt wurde, sowie vom Pianisten Richard Rivoli und dem Hour of Power Chor. Lassen Sie sich durch die Predigt von Bobby Schuller Advent die Hoffnung der Welt für Ihren Alltag ermutigen. Hour of Power, die beste Stunde im Fernsehen.